Ich bin seit März 2020 bei der Siemens und habe gestartet als Werkstudentin. Ich arbeite seit fünf Jahren für Siemens Linz im Bereich Automotive als SPS-Programmiererin. Seit 2021 bin ich eben Vollzeit in der kaufmännischen Projektleitung bei uns in den Projekten. Was mir am meisten gefällt ist die Flexibilität. Du hast bei uns die Möglichkeit, dass du dich ständig weiterbilden kannst. Das Tollste an dem Job ist die Zusammenarbeit im Team mit den Kollegen und der Zusammenhalt. Das ist ganz was Besonderes. Siemens ist Vorreiter in der Digitalisierung und Automatisierung. Und zusammen mit dir können wir die Zukunft der Industrie in Österreich und Europa gestalten. Wenn wir dein Interesse geweckt haben, bewirb dich und werde Teil unseres Teams.